Der Tod und der Lichtleib. Der sogenannte Tod ist nur eine günstige Gelegenheit für die Kräfte und Fähigkeiten des persönlichen Bewusstseins auszuruhen und sich auf die innere Entwicklung abzustimmen. Er will sie von den Wirbeln und Missklängen der Erde befreien, lange genug um einen Zustrom von Licht und Kraft aufzunehmen, der der äußeren Tätigkeit des Gemüts erlaubt wird, das Werk der körpergebundenen Erfahrung auf der Erde zu beginnen. Die Verkörperung auf Erden hat den Zweck, den Menschen zu vollenden, zu erleuchten, bis er mit der mächtigen Ich-Bin-Gegenwart eins zu werden vermag. Wir nennen diesen Lichtleib die magische Gegenwart. Jesus sprach von ihm als dem Gewande ohne Naht. Der Stoff dieses Lichtleibes besteht aus reinen Elektronen. Er gewährt dem Einzelwesen volle Freiheit von allen Begrenzungen. Durch innigste Hingabe an die mächtige Ich-Bin-Gegenwart kann jeder Mann ihre Kräfte auslösen, bis zu dem Punkte, da er dieses klammende Licht sehen kann. Dieses blendet zuerst so stark, dass man nur einen kurzen Augenblick auf ihn ertragen kann. Durch solche Hingabe beginnt man mehr und mehr seine eigene, persönliche, bewusste Herrschaft über alles Erschaffene zu erfahren. Dies ist das ewige Geburtsrecht eines jeden und für dieses Ziel ist uns allen die Wanderung durch die menschlichen Erfahrungen zuteil geworden. Hat der Suchende dieser Freiheit den Entwicklungszustand erreicht, da er aus seinem Elektronenleib zugleich jede gewünschte Lichtmenge, die sein eigenes Bewusstsein verlangt, freimachen kann, So ist er Herr über alle Gestaltungen gleichgültig in welcher Sphäre er sie auszudrücken wünscht. Man hat nur die Welt zu beobachten, um zu erkennen, was ein Missklang im Denken und Fühlen den herrlichen Körpern antut, die uns die Natur für unsere Erfahrungen im physischen Teil des Lebens zur Verfügung gestellt hat. In der Kindheit und Jugendzeit ist das Fleischgewebe des physischen Körpers schön, kräftig und erfüllt, was von ihm gefordert wird. Doch mit dem Fortschreiten des Lebens, wenn das persönliche Selbst während Jahren wirren Gedanken und Gefühlen erlaubt, sich auszudrücken, büßt der Körper seine Fähigkeiten ein. Der Tempel zerfällt in Trümmer, weil das äußere, wache Bewusstsein dem einen Gesetz des Lebens, Liebe, Harmonie, Friede nicht gehorcht. Nenne es wie du willst, die ewige Wahrheit bleibt bestehen. Das Missklang nur ein anderer Name ist für Zerfall, für Tod. Lernen die Menschen, ihr Leben in einem ewigen Gesetz der Liebe zu leben, so werden sie finden, dass solcher Gehorsam sie vom Kreislauf der Geburt und Wiedergeburt erlösen wird. An ihre Stelle wird die Freude ewig sich ausweitender Vollendung treten, die für immer innerhalb der Liebe bleiben wird. Immerwährende Schöpfung wird ewig andauern, denn Leben ist fortwährende Bewegung und kennt weder Schlummer noch Schlaf. Es ist ewiglich ein selbsttätiger Strom sich ausdehnender Vervollkommnung in Freude und Verzückung. Und in immer neuen Mustern diese vollkommene Tätigkeit und Freude des Lebens ergibt sich von selbst aus dem Gehorsam, dem Gesetz der Liebe. Der letzte Feind, der Tod, wird verschwunden sein, denn er ist nur ein Notbehelf, uns von einem Kleid zu befreien, das uns zur Verendung des Lebens nicht mehr dienen kann. Wird der physische Körper derart unfähig, dass ihn die Persönlichkeit, die ihn bewohnt, im Streben nach Vollendung nicht mehr benutzen kann, So greift die Natur selbst ein und löst die Begrenzung auf, damit das Einzelwesen Gelegenheit zu einem neuen erfolgreichen Versuch bekommt. So greift die Natur aus dem Gehorsam, mit dem Gehorsam, mit dem Gehorsam, mit dem Gehorsam.